Eine neue Ausgabe SWR ins Leute und ich begrüße ganz herzlich Professor Helga Rübsamen-Chef. Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen Ihnen auch. Sie haben eine ganz spannende Biografie. Sie sind Virologin. Sie haben die Virusforschung bei der Bayer AG geleitet. Und Sie haben selbst ein Unternehmen gegründet, das Medikamente zu Infektionskrankheiten entwickelt und in der Forschung tätig ist. Also Sie kennen die wissenschaftliche als auch die unternehmerische Seite. Und ich glaube durch Covid-19 ist Ihr Terminkalender jetzt noch richtig voller geworden, oder? Das ist korrekt. Was wir zum Thema festhalten müssen, eine Einschätzung der aktuellen Lage ist ein wirklich komplexes Thema. Und die Verunsicherung, die ist in manchen Bereichen groß. Wir wollen versuchen, die wichtigsten Fragen zu klären. Grundsätzlich, wie optimistisch sind Sie, dass die Wissenschaft dieses Virus in den Griff bekommt? Also ich bin da grundsätzlich optimistisch. Wenn ich in die Vergangenheit gucke, wir haben HIV in den Griff gekriegt. Wir haben 2003 das erste Coronavirus, was ausgebrochen ist, nach nur 8000 Infektionen in den Griff gekriegt. Also ich glaube schon, dass die Wissenschaft sehr viel kann. Aber man muss natürlich sagen, das jetzige Coronavirus, das SARS-CoV-2, ist ansteckender und damit schwieriger beherrschbar. Und jetzt gibt es auch die Mutationen, die natürlich für viele Fragestellungen sorgen. Ein Fahrplan für die Impfungen ist heute Nachmittag Thema auf dem Impfgipfel. Die Impfstoffknappheit kommt dazu. Und jetzt hieß es, russischer und chinesischer Impfstoff solle zum Einsatz kommen, wenn er zugelassen ist. Jetzt habe ich gestern gelesen, unabhängige Studien sind dazu bisher gar nicht bekannt. Was halten Sie da von dem Vorschlag von Jens Spahn? Also ich würde schon zögern, Impfstoffe, wo keine großen Studien vorliegen, die nach westlichem Standard gemacht sind, zuzulassen. Wobei zum Beispiel die Chinesen heute eine hervorragende Medizin machen und sehr gute Firmen haben. Das kann man gar nicht sagen. Aber es ist schon so, dass es wenig Studien gibt, die bekannt sind. Ich glaube generell ist im Moment das Thema, wie kommen wir an neue Impfstoffe ran, ein wichtiges Thema. Aber man darf nicht vergessen, dass sie mit allen Viren nur fertig werden, wenn sie eben einen ganzen Strauß von Möglichkeiten haben, wie Medikamente, wie eine vernünftige Diagnostik und wie natürlich auch die Hygienemaßnahmen, die wir jetzt einsetzen. Und dass man eben alles einsetzen muss. Ich halte es wirklich für schwierig, wenn immer nur Impfstoffe diskutiert werden. Impfstoff ist ein Ansatz. Und können Sie nachvollziehen, dass Menschen durch das Hin und Her das Vertrauen in die Wissenschaft und Politik verlieren? Ich kann das durchaus nachvollziehen. Und deswegen glaube ich, dass so ein Gipfel, wie er heute stattfindet, sehr sinnvoll ist. Man hätte wahrscheinlich schon früher mit den Firmen reden müssen. Da gibt es ja manchmal so Berührungsängste in meinen Augen völlig zu Unrecht. Die Firmen machen das, was sie machen, aus der Überzeugung, Menschen helfen zu wollen. Aber sie müssen auch Geld verdienen. Sie wären heute vermutlich auch ganz gerne Teilnehmerin des Impfgipfels gewesen, oder? Hätte mich natürlich interessiert, aber es gibt sicherlich noch andere Fachleute da, die genauso guten Rat geben können. Welche Perspektive hätten Sie da nochmal ganz konkret einbringen können? Also was mir im Moment Sorge macht, ist, dass ich den Eindruck habe, das Hase-Igel-Spiel zwischen den Mutanten und dem Impfstoff, aber auch den Medikamenten hat begonnen. Wenn man sich das britische Virus, also die britische Mutante anschaut und sie prüfen bei Leuten, die eine normale Corona-Infektion durchgemacht haben, die Antikörper. Dann sind diese Antikörper nur noch ein Drittel so wirksam gegen die Mutante, wie gegen den Typ, der Ende des letzten Jahres begann, um die Welt zu gehen. Heißt, man müsste also dringend anpassen? Man müsste anpassen und ich denke, das sollte heute auch ein Thema sein des Gipfels, was aber natürlich dazu gehört. Sie müssen auch wissen, welcher Subtyp ist wo. Und deswegen halte ich für eine ganz wichtige Maßnahme, die man jetzt auch ergreifen sollte, dass man flächendeckend, also nicht nur in Deutschland, sondern ganz Europa. Natürlich müssen das die Amerikaner genauso gut machen, aber da läuft es meines Wissens schon ganz gut, dass man guckt, welche Mutante ist wo. Und dann muss man sich überlegen, die werden relativ schnell über den Globus gehen. Macht es Sinn, global anzupassen oder muss man sogar lokal, muss man sagen, die Brasilianer haben ja auch eine schwierige Mutante. Brauchen die dann einen anderen Impfstoff als vielleicht Südafrika, ja? Professor Helga Rübsamen, Chef in SWR ins Leute. Sie waren in der Virusforschung bei Bayer, haben selbst ein Unternehmen gegründet, das Medikamente erforscht und entwickelt. Drei Impfstoffe sind ja derzeit in der EU zugelassen. Die Meldung, dass der von AstraZeneca nur für Menschen im Alter von 18 bis 64 Jahren empfohlen wird, das hat erstmal irritiert. Und ist das nicht tatsächlich erstaunlich, dass da zu wenig Daten für die ältere Generation vorliegen, obwohl klar ist, dass die zunächst geimpft werden sollen? Gut, das liegt natürlich immer daran, wie viele Daten vorliegen, wie die Studien, die die Firmen gemacht haben, vom Design her waren. Wenn man gesagt hat, ich möchte erstmal wissen, ob mein Medikament bei den Jüngeren bis 64 wirkt, würden sie natürlich mehr Menschen in dem Alter in der Studie testen. Wenn sie aber das Ziel haben zu zeigen, dass die über 65-Jährigen erfolgreich geimpft werden können, dann haben sie halt mehr Personen in der Altersgruppe. Also offensichtlich hat AstraZeneca die Studie eben damals so gemacht, dass man relativ wenig in der hohen Altersgruppe drin hat. Und deswegen gibt es diese Diskussion jetzt darum. Dann wurde die Wirkstofffähigkeit auch noch diskutiert. Bei den 18 bis 55-Jährigen hat es eine Wirksamkeit von etwa 60 Prozent. Klingt erstmal gar nicht so viel, oder? Also wir haben ja ursprünglich gesagt, das war auch eine Aussage der Behörden, wenn ich mit einem Impfstoff 50 Prozent erreiche, dann reicht es mir zur Zulassung. Und es ist auch eine Erfahrung, wenn ich so etwa 60 Prozent der Menschen durchgeimpft habe, dann habe ich die sogenannte Herdenimmunität erreicht. Und dann hat ein Virus es schon schwierig, von Mensch zu Mensch zu springen und sich weiter auszubreiten. Also wenn wir das erreichen würden, wäre das schon mal prima. Und von daher mache ich mir um die 60 Prozent gar nicht so einen großen Kopf. Und es gibt ja auch noch eine Untergruppe, die hatte höhere Werte. Also ich denke, das ist okay. Wobei die Latte natürlich erstmal hochlag durch den Impfstoff von BioNTech-Pfizer. Wirksamkeit von 95 Prozent, noch wirksamer als bei Moderna mit 90 Prozent. Heißt das automatisch, es gibt eine Empfehlung für die höchste Wirksamkeit? Wie blicken Sie da drauf? Ich würde sagen, und da kommen jetzt eben die neuen Mutanten ins Spiel, wahrscheinlich wird man in Zukunft nicht nur die höchste Wirksamkeit gegen ein bestimmtes Virus angucken müssen, sondern gegen ein möglichst breites Spektrum von Mutanten. Und ich glaube, dass da die mRNA-Impfstoffe noch relativ spezifisch sind. Und die Firmen werden wahrscheinlich gut beraten, wenn sie ihre Impfstoffe verbreitern würden, dass eben auch diese Mutanten mit erfasst werden. Wie schnell kann man sowas anpassen? Also, sagen wir mal, im Labor hat man das innerhalb von, ich würde mal sagen, spätestens zwei Monaten geändert. Die Frage ist dann aber, was sagen die Behörden dazu? Sagen die Behörden, okay, es wurde schon mal ein Impfstoff gemacht, jetzt haben wir aber eine geänderte Sequenz da drin. Dieser neue Impfstoff muss nochmal von Anfang an alle Stadien durchlaufen. Oder sagen die, du kannst gleich in die erste Studie am Menschen gehen und kannst schon mal deine Dosisfindung machen. Oder sogar sagen, du brauchst keine Dosisfindung zu machen. Sondern du kannst gleich in eine höhere Anzahl von Menschen gehen und eine Erfahrung sammeln. Also, das ist, glaube ich, eine schwierige Frage, die mit den Behörden zu diskutieren ist. Schon gestern erreichten uns viele Fragen der SW1-Hörerinnen und Hörer. Volker aus Letter zum Beispiel möchte wissen, angenommen, es haben sich keine Antikörper nach einer Impfung gebildet. Soll man sich erneut mit einem anderen Stoff impfen lassen? Also, bei anderen Viren wird das gemacht, zum Teil auch mit Erfolg. Aber man muss auch wissen, wenn ich keine Antikörper habe, heißt das nicht, dass ich gar keinen Schutz habe. Das Immunsystem hat ja verschiedene Wege, uns zu schützen. Und da gehören eben auch Immunzellen dazu. Das heißt, wenn bei ihm keine Antikörper gemessen sind, ist nicht ausgeschlossen, dass er Immunzellen hat, die auch Corona töten können. Aber das müsste eben erst gezeigt werden. Prof. Helga Rübsamen, Chef in SW1-Leute, jetzt sind viele Kommunen verärgert, da sie auf die schnelle Impfzentren herbeischaffen sollten. Nur mit dem Impfstoff hapert es. War es eine Illusion zu glauben, dass die Pharmakonzerne in dieser weltweiten Pandemie auf ihren Profit verzichten? Also, ich glaube, dass man als Firma nie auf Profit verzichten kann. Sonst ist man nämlich eines Tages sehr schnell pleite. Ich glaube auch nicht, dass das nur eine Frage von Profit ist. Ich glaube, dass man sehen muss, gerade diese Impfstoffe von BioNTech und Moderna sind ja eine völlig neue Technologie. Die haben ja zum Teil auch diese extreme Kühlung notwendig. Die sind auch nicht so einfach herzustellen. Und das natürlich, je nachdem, welche Länder, welche Bedingungen auch an die Beschaffung der Impfstoffe geknüpft haben, dass da vielleicht der eine Lieferant lieber in ein Land geht, wo er zum Beispiel keine Haftungen hat. Und im anderen hat er Haftung. Das mag auch mitbestimmen, warum eben manche Länder mehr geliefert bekommen haben als andere. Jetzt wurde natürlich über die Verträge erstmal heftig diskutiert. Europapolitiker Peter Liese war so sauer, dass er ein EU-Exportverbot für AstraZeneca angeregt hatte. Sollten Pharmakonzerne bestraft werden? Was sagen Sie? Ich bin eigentlich gegen solche Maßnahmen. Ich glaube, dass hier, was heute hoffentlich passiert, ein Gespräch mit den Konzernen und der Politik der bessere Weg ist. BioNTech will bis zu 75 Millionen Dosen mehr an die EU liefern. Glauben Sie, ist das auch eine Reaktion schon auf diesen politischen Druck, den es aktuell gibt? Glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass die Firmen immer versucht haben, so viele Dosen zu machen wie möglich. Natürlich, nochmal, wo sie dir dann hinliefern, ob sie lieber in ein Land gehen, wo sie vielleicht mehr verdienen oder wo sie auch weniger Haftungsrisiken haben. Das ist dann eine andere Frage. Also ich glaube, dass sie alle versucht haben zu produzieren, was maximal ging. Da wird ja auch diskutiert, ob Entwicklerfirmen eventuell bereit seien, ihr Wissen zu teilen. Denn das würde ja die Herstellung der Impfstoffe beschleunigen können. Das würde das natürlich, aber man darf auch nicht glauben, dass das über Nacht geht. Also wenn ich jetzt als Firma A hingehe und sage, ich kriege die Lizenz von BioNTech, deren Wirkstoff herzustellen, da muss ich auch erst ein Werk haben, wo ich das tun kann. Ich brauche die Geräte, ich brauche die Mitarbeiter, die geschult sind. Ich muss mehrfach mal diesen Vorgang durchgearbeitet haben und zeigen, er ist wiederholbar, er ist zuverlässig. Also das System läuft stabil, bis ich mit so einem Impfstoff an den Menschen gehen kann. Jetzt sind natürlich ganz viele Fragen noch offen, auch bezüglich der Immunität. Bernhard Dietmann aus Freiburg hat uns zum Beispiel geschrieben, ich verstehe das mit der Herdenimmunität nicht ganz. Wenn nicht einmal sicher ist, ob Geimpfte das Virus nicht doch weitergeben können, gibt es doch keine Herdenimmunität. Immunität ist doch eine berechtigte Frage, ne? Die Frage ist sehr gut und sehr berechtigt. Und dazu muss man sagen, wir wissen noch nicht, ob Geimpfte das Virus weitergeben. Diese Daten sind noch nicht da. Ja, generell wird ja bei der Immunität oder bei der Impfung von einer sterilisierenden Impfung gesprochen, wenn eben das Virus nicht angehen kann und von einer permissiven Immunität, wenn das Virus angehen kann. Und wahrscheinlich ist es so, dass wir eine permissive Immunität vorlegen haben. Das heißt, das Virus kann angehen, es macht sie aber nicht mehr krank. Wenn das Virus mich aber nicht mehr krank macht, dann ist es wahrscheinlich, nachdem es angegangen ist, auch nicht in so großen Mengen vorhanden. Und wenn ich nicht so viel Virus trage, dann bin ich auch nicht so ansteckend. Also ich glaube schon, dass man auch, wenn eine Infektion möglich ist, aber man wenig Virus hat, dass man dann einen Einfluss auf insgesamt die Weitergabe des Virus hat in der Bevölkerung. Ist diese Impfstrategie, die wir haben, dann die richtige Ihrer Meinung nach? Ich glaube schon, denn wenn 60 Prozent eben schon eine gewisse Immunität haben, nicht mehr so viel Virus verbreiten, sich zwar noch anstecken können, aber nicht mehr so viel verbreiten können, muss das eigentlich theoretischen Einfluss haben. Es gibt viele drängende Fragen zum Thema Impfung. Ellen Mauer-Gies fragt zum Stichwort Vorerkrankungen. Wie wichtig oder gefährlich ist eine Impfung bei Vorerkrankungen? Und gibt es Unterschiede bei den Impfstoffen? Da gibt es sicherlich Unterschiede und ich würde raten, mit einer solchen Frage an die Ständige Impfkommission heranzugehen. Am besten im Internet mal unter Ständige Impfkommission googeln. Da ist der Vorsitzende der Professor Thomas Mertens und da wird es sicherlich irgendwo einen Link geben, wo man dann auch Fragen stellen kann. Also ich glaube, da ist diese Kommission, ist der beste Zufluchtspunkt sozusagen, um dann die speziellen Fragen bei speziellen Vorerkrankungen zu diskutieren. Dann trifft die Antwort wahrscheinlich auf die Frage von Frank Kienzler aus Leinfelden-Echterding ebenfalls zu. Er möchte nämlich die Bestandteile der Corona-Impfstoffe bzw. Nebenwirkungen erfahren und sagt, ich habe nämlich einige Vorerkrankungen und reagiere sehr empfindlich auf alle Arzneimittel und das Gesundheitsamt hüllt sich in Schweigen. Schweigen, schreibt er. Ja, aber ich glaube, genau das ist auch so ein Fall, wo man eben, normalerweise wäre es ja so, wenn er jetzt schon zum Impfen aufgefordert worden wäre, müsste der Arzt mit ihm ein Aufklärungsgespräch führen, wo diese ganzen Fragen gestellt würden und diskutiert würden. Wenn er aber noch nicht eingeladen ist zur Impfung und das prinzipiell mal geklärt haben möchte, würde ich auch wirklich empfehlen, da mal unter Ständige Impfkommission zu googeln und zu gucken, ob man da Informationen findet. Sie sind ja Teil der Leopoldina, die wissenschaftsbasierte Politikberatung macht. Können Sie uns mal erklären, wie das überhaupt läuft? Es gab da so diverse Ad-Hoc-Stellungnahmen. Werden die dann direkt ins Kanzleramt geschickt? Wie funktioniert es? Ja, sagen wir so, die Idee der Leopoldina, das ist ja die Nationale Akademie der Wissenschaften, wo etwa 1500 hochrangige Forscher aber aus allen Gebieten zusammenarbeiten. Und da hat man eben eine Untergruppe gebildet, wo Virologen drin waren, Naturwissenschaftler, Mediziner, aber genauso Ethiker und Leute, die aus ganz anderen Perspektiven auf diese Problematik gucken. Und diese Untergruppe hat dann eben Empfehlungen erarbeitet. Und sobald die da sind, werden die auch im Internet veröffentlicht. Ob die noch zusätzlich ans Kanzleramt geschickt werden, weiß ich jetzt gar nicht, muss ich Ihnen sagen. Aber die sind dann sofort auch verfügbar für alle. Jetzt ist es so, dass die Leopoldina zu 80 Prozent vom Forschungsministerium bezahlt wird, zu 20 Prozent vom Land Sachsen-Anhalt finanziert werden, wo die Leopoldina ihren Hauptsitz hat. Da fragt man sich natürlich, wie will die Leopoldina wirklich unabhängig sein? Ach, ich glaube, das ist einfach gegeben durch die Vielzahl von Forschern, die die Dinge aus ganz unterschiedlichen Perspektiven sehen. Also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass die Leopoldina nicht unabhängig wäre. Wie blicken Sie denn darauf? Sie haben ja die Perspektive einmal als Unternehmerin, gleichzeitig als Wissenschaftlerin. Sind die Empfehlungen, die von der wissenschaftlichen Seite kommen, häufig strenger als das, was die Politik dann umsetzt? Das kann mal so sein, das muss aber nicht so sein. Und ich glaube, man sollte immer auch den Aspekt von Firmen dazunehmen. Also ich weiß ja, da hat man in Deutschland so ein bisschen die Sorge, wenn ich eben einen Firmenvertreter hatte, hat er dann gleich wieder irgendwelche Interessen, die er vertritt außerhalb der wissenschaftlichen Argumentation. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man eben auch dieses Know-how, wie läuft denn das eigentlich bei so einer Impfstoffentwicklung? Was ist machbar? Was ist nicht machbar? Wo sind die Knackpunkte? Wenn man dieses Know-how in die Diskussion nicht von vornherein einbindet, ist die, glaube ich, ein bisschen einseitig. Ist es die Angst vor den wirtschaftlichen Interessen, die dann zu groß sind? Ich glaube, das ist die Angst. Aber ich glaube, sie ist, ja, man kann sagen, klar, ich habe es vorhin schon mal gesagt, eine Firma muss Geld verdienen, sonst ist sie irgendwann pleite, dann hat auch keiner was davon. Aber ich glaube schon, dass die Firmen auch immer das Ziel verfolgen, wirklich was Vernünftiges zu tun und Menschenleben zu retten. Ist dann heute dieser Impfgipfel ein erster Schritt dahin? Also ich begrüße das sehr und ich hoffe, dass durch diese Diskussion man auch ein besseres Verständnis füreinander bekommt. Am Tag des Impfgipfels ist Professor Helga Rübsamen, Chef zu Gast in SWR1 Leute. Sie sind Virologin, haben auch ein Unternehmen gegründet, was Medikamente entwickelt und erforscht. Und die Menschen möchten einfach gut informiert sein, bevor sie sich impfen lassen. Viele Fragen erreichen uns. Aus Holz-Gerlingen schreibt uns Horst, wenn ich eine Corona-Infektion mit einem leichten oder schweren Verlauf hatte, muss ich dann überhaupt geimpft werden? Ich habe dann doch Antikörper, oder? Das ist eine sehr gute Frage. Wenn jemand natürlich mit Corona infiziert wurde und hat diese Infektion überstanden, dann kann es sein, er hat Antikörper. Etwa drei Viertel der Menschen haben Antikörper. Aber es gibt auch eine Anzahl von Menschen, die keine Antikörper entwickeln. Wir wissen aber, dass das Immunsystem noch weitere Wege hat, um uns zu schützen, nämlich Immunzellen. Es kann also durchaus sein, dass jemand, der keine Antikörper hat, zumindest diese Immunzellen hat. Kurz umgesagt, selbst wenn ich eine Infektion durchgemacht habe, kann ich mich nicht darauf verlassen, dass ich nicht nochmal überinfiziert werde. Da gibt es genügend Fälle, wo also nach einer Infektion ein paar Monate später nur die nächste gekommen ist. Und der schwere Grad der ersten Infektion hat auch nicht unbedingt was vorausgesagt für die zweite Infektion. Also schwierig einzuordnen. Aus Senden schreibt uns Siegfried Stiesch. Ich habe einen Bericht über Manaus in Brasilien gesehen. Darin hieß es, dass 80 Prozent infiziert seien. Das müsste doch eine Herdenimmunität sein. Die müssen die Infektion erstmal überstehen. Und wenn sie die dann überstanden haben, haben sie dann eine Herdenimmunität, wenn genügend Leute nicht eine zweite Infektion kriegen können. Das wissen wir aber bei diesem Virus noch nicht. Wenn die aber so gut dann nach der ersten Immunität geschützt werden, dass sie sich nicht so schnell wieder ein zweites Mal infizieren, dann ja, dann hätten wir das erreicht. Aber wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, man kann sich überinfizieren, wenn man schon einmal die Infektion hatte. Und deswegen ist diese Frage aus heutiger Sicht so nicht zu beantworten. Und einen Satz stelle ich fest, müssen Sie des Öfteren wiederholen. Das wissen wir einfach noch nicht. Wo stehen wir denn aktuell innerhalb dieser Pandemie? Wie beurteilen Sie das? Wir haben sehr schnell die Gene des Virus kennengelernt. Aber wir haben erst im Laufe der letzten Monate sehr viel dazu gelernt, wie überhaupt die Krankheit sich entwickelt. Dass eben Corona, also mit dem SARS-Coronavirus-2, dass das nicht nur eine Frage der Lunge ist, die infiziert werden kann, sondern dass eine Menge anderer Organe angegriffen werden können, inklusive das Herz, die Nieren, die Leber, der Darm. Also das heißt, es kann dann zu einem Multiorganbefall kommen, der dann eben auch zu den vielen Todesfällen führt. Andere Länder sind schon weiter bei der Impfung. Israel wird da zum Beispiel genannt. Werden dort parallel Studien gemacht, auf deren Ergebnisse wir dann irgendwann zurückgreifen können? Also ich weiß, dass Israel den Firmen BioNTech-Pfizer versprochen hat, alles, was im Moment parallel zu der Impfung an Studien gemacht wird, diese Daten zur Verfügung zu stellen. Und das ist, wie ich hoffe, dann ein großer Schatz, aus dem wir viel lernen können. Ja, denn das scheint mir aktuell das Wichtigste, um mehr Erfahrungen sammeln zu können, wie wir uns dem Virus stellen können. Was ist mit der Medikamentenforschung? Sie kennen das ja aus dem HIV-Bereich. Ich meine, da haben wir auch bis heute keine Impfung. Wie sehen Sie die Parallelen dazu? Ja, also wie gesagt, bei Corona ist es umgekehrt. Da haben wir heute eine Impfung. Wir wissen noch nicht, wie lange sie anhält, wie häufig man sie anpassen muss, ob man alle Jahre einen neuen Impfstoff braucht. Das wissen wir alles noch nicht. Aber bei HIV war es eben genau umgekehrt. Man hat dieses Virus nur in den Griff bekommen, indem man verschiedene Medikamente kombinierte. Und das hat man dann mit sehr viel Erfolg getan. Sie können heute mit HIV ein normales Alter erreichen. Und deswegen bin ich so dafür, dass wir auch bei Corona, wobei vieles über den Impfstoff noch nicht wissen, die Medikamentenentwicklung ganz massiv vorantreiben. Denn erstens kann nicht jeder geimpft werden. Zweitens wird nicht jeder geimpft geschützt sein. Und für diese Menschen brauchen wir auch eine Lösung. Es gibt auch Menschen, die das Virus leugnen. Haben Sie das damals bei HIV auch erlebt? Ja, das kannte ich damals auch. Und ich bin einmal in einer TV-Sendung gewesen, wo ich aber den Leugner und seine Freunde nicht überzeugen konnte. Und deswegen habe ich es auch nie wieder gemacht, weil ich mir gesagt habe, man wertet diese Menschen damit unnötig auf. Wie ist das entstanden? Haben Sie dann irgendwann den Schluss gefunden wie jemand, das war ja, glaube ich, ein hoher Wissenschaftler damals, wie er zu dieser Meinung kam? Schwer nachzuvollziehen. Das ist sicherlich psychologisch irgendwie begründbar. Aber ich bin keine Psychologin. Also was ich nur sagen will, irgendwelche Fakten zu nennen, nützte gar nichts. Das waren einfach Meinungen, das waren Gefühle. Da können Sie mit Fakten einfach nicht argumentieren. Professor Helga Rübsamen, Chef beantwortet als Virologin und Chemikerin. Die Fragen der SW1-Hörerinnen und Hörer zum Thema Impfung. Ohm aus Esslingen hat geschrieben, warum Menschen unter 18 Jahren nicht geimpft werden dürfen. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass die Studien, die zu der Zulassung der Impfstoffe geführt haben, erst ab 18 gemacht wurden. Und das ist eigentlich was ganz Übliches in der Pharmaindustrie, dass man zunächst am Erwachsenen prüft, ob ein Medikament oder ein Impfstoff sicher und auch wirksam ist. Und dass man erst später dann in jüngerer Alter zu Kindern usw. vordringt. Viele Menschen wollen Sicherheit haben. Jetzt ist diese Impfung relativ neu auf dem Markt. Was wissen wir denn über Nebenwirkungen? Was wissen wir über Langzeitfolgen? Also was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass die Impfstoffe, die klassischen Impfreaktionen wie Druck an der Impfstelle, vielleicht mal ein leichtes Fieber, ein bisschen Unwohlsein, das ist alles bekannt. Und das ist ja auch nichts Ungewöhnliches für jede Impfung, dass man solche Reaktionen hat. Soll ja auch zeigen, dass das Immunsystem reagiert, dass es gemerkt hat, da ist was zu tun. Auf der anderen Seite kann es natürlich theoretisch immer extreme, seltene Dinge sehen, die man erst sieht, wenn viele Millionen Menschen geimpft worden sind. Das kann man theoretisch nicht ausschließen. Aber dann sind es ja auch sehr seltene Sachen. Da muss man sich auch keinen großen Kopf drum machen. Ja, eine Hörerin hat uns auch geschrieben, dass sie schon mal einen allergischen Schock hatte und deswegen natürlich sehr besorgt ist. Also inwiefern wird man auch vor der Impfung aufgeklärt? Sie haben das eben schon mal kurz angesprochen. Das ist definitiv so, dass sie aufgeklärt werden müssen. Und gerade was Allergien betrifft, das ist bekannt, zum Beispiel von dem BioNTech-Pfizer-Impfstoff, dass Leute, die eine schwere Allergie haben, da auch reagieren können. Und das muss dann diskutiert werden, ob man überhaupt diesen Impfstoff dann einsetzt. Aus Berlin hat uns Farad Göhlem geschrieben, wie viele Menschen sind durch die Corona-Impfung in Deutschland gestorben. Gibt es darüber Zahlen? Ich habe keine Zahlen. Ich weiß aber, dass es durchaus Todesfälle nach Impfungen gibt, die diskutiert worden sind. Sie dürfen natürlich nicht vergessen, dass wir als allererstes an die Hochbetagten rangegangen sind. Und die Diskussion, die mir bekannt ist, hat das Ergebnis gehabt, Naja, die wären wahrscheinlich ohnehin in nicht zu ferner Zeit an einem Krebs oder was immer das Grundleiden war, verstorben. Man wird das weiter beobachten müssen und noch mehr Fälle sammeln und diskutieren müssen. Aber im Moment, glaube ich, ist sehr stark die Tendenz, das ist das, was ohnehin passiert wäre. Eine Schlussfolgerung, die wir aus unserem Gespräch, glaube ich, schon ziehen können, ist, dass wir uns tatsächlich an Impfungen weiterhin gewöhnen müssen. Denn durch die Mutationen wird dieser Impfstoff immer wieder angepasst werden müssen. Davon gehe ich heute schon aus. Wir wissen, dass zum Beispiel, wenn Sie die Antikörper von Menschen nehmen, die mit BioNTech oder Moderna geimpft worden sind und wenn Sie die testen gegen das britische Virus, dass die dann schon zweifach schlechter reagieren. Also da ist schon ein Unterschied da. Und wenn Sie die gegen zum Beispiel das südafrikanische mutierte Virus testen, ist der Unterschied sogar noch größer. Also ich gehe davon aus, dass wir die Impfstoffe regelmäßig anpassen müssen. Wie schnell, weiß ich nicht. Bei Grippe ist es einmal im Jahr, dass der Impfstoff angepasst wird. Aber vielleicht müssen wir hier sogar noch schneller werden. Nach dem Stand aktuell, wollen Sie sich da an Spekulationen beteiligen? Jetzt bis zum 14. Februar geht der Lockdown. Womöglich wird er länger andauern. Was glauben Sie? Ich denke, das ist eine Frage, die die Politik beantworten muss. Und da halte ich mich lieber raus. Eine spannende Biografie haben Sie. Sie sind Virologin und Chemikerin, waren Leiterin der Virusforschung bei Bayer. Und Mitte der 80er waren Sie die Erste, der es gelang, mehrere Varianten der HIV-Virustypen zu finden und dann auch zu charakterisieren. Wie geht es Ihnen eigentlich im Augenblick? Reizt Sie das, da vielleicht auch wieder in die Forschung zu gehen? Sagen wir es so, das war damals natürlich eine ganz spannende Zeit, wo man sehr früh gesehen hat, dass HIV ein hochvariables Virus ist. Und deswegen habe ich mich auch von vornherein gegen die Impfstoffforschung bei HIV entschieden. Ich habe gedacht, du schießt auf ein so bewegtes Ziel, das kriegst du gar nicht in den Griff. Und bis heute gibt es ja auch keinen Impfstoff. Corona mutiert Gott sei Dank nicht ganz so schnell. Aber natürlich ist es für mich auch unter dem Aspekt im Moment sehr, ja fast aufregend, muss ich sagen, zu sehen, wo auf der Welt jetzt irgendwelche Mutationen hervorkommen, die schon einen Einfluss haben auf die Medikamente, die entwickelt wurden, zum Beispiel diese Antikörper-Medikamente von Regeneron und Lilly, aber auch schon einen Einfluss haben auf die Wirksamkeit der ersten Impfungen. Und ich glaube, dass wir hier in so einem Hase-Igel-Spiel sind, wo wir sehr aufpassen müssen, dass wir das nicht verlieren. Das heißt, Sie reizt eher die Medikamentenforschung hinsichtlich Corona, weil wir an Impfstoffen arbeiten, aber Medikamente bräuchte es auch. Verstehe ich Sie da richtig? Ich würde es mal so rumformulieren. Medikamente sind meine Kernexpertise. Ich weiß natürlich auch viel über Impfstoffe. So ist es nicht. Und ich glaube eben, weil wir uns nicht darauf verlassen können, dass die Impfstoffe das Problem hundertprozentig lösen. Und weil ich immer denke, Viren ändern sich. Haben wir gerade darüber gesprochen. Und man braucht eben dann Angriffspunkte von mehreren Seiten, um so eine Epidemie oder eine Pandemie in den Griff zu bekommen. Und deswegen setze ich mich sehr dafür ein, gerade jetzt auch in Deutschland, dass wir eben mehr tun für die Medikamentenentwicklung. Denn wenn Sie mal annehmen, ich hätte einen Medikamenten-Cocktail vielleicht, wie bei HIV, den man kurz nach der Infektion einsetzt, der drückt das Virus runter, der Patient wird nicht mehr krank und der ist auch nicht mehr so infektiös, weil er weniger Virus hat, dann hat man sicherlich einen Einfluss auf die Todesfälle und hat sicherlich auch einen Einfluss auf die Epidemie. Welchen Einblick haben Sie denn? Wie steht es aktuell um die Medikamentenforschung hinsichtlich Corona? Also da könnte in meinen Augen in Deutschland wesentlich mehr getan werden. Es gibt einige Ansätze für Antikörper. Aber gerade, was ich gesagt habe, also Medikamente, die man früh nach der Infektion einsetzt, die sich direkt gegen das Virus wenden, da sind die Medikamente, die wir haben, noch nicht optimal. Und das sind zum Teil, wie die Substanz von der Firma Gilead, Remdesivir heißt die, das war für ein anderes Virus entwickelt worden, geht auch bei Corona, ist aber nicht optimal. Und ich denke, wenn wir da gezieltere, so richtig schöne Kugeln hätten, mit denen wir gezielt auf das Virus schießen könnten, dann kämen wir da weiter. Woran liegt das? Hat die Pharmaindustrie kein Interesse? Wird es von der Bundesregierung nicht so forciert? Ich weiß es nicht. Ich glaube, aus irgendeinem Grund hat man am Anfang sehr stark auf Impfstoff gesetzt, was ja auch durchaus richtig war. Man hat aber dann so ein bisschen vergessen, dass Viren eben auch durch Medikamente beherrscht werden können und müssen. Und Sie haben jetzt aufgrund Ihrer Expertise die unterschiedlichsten Einblicke. Also wenn Sie jetzt aktuell, stellen wir uns vor, Sie hätten aktuell ein Unternehmen. Was wäre Ihr erster Ansatz? Wie würden Sie vorgehen? Ich würde genau diese Medikamente, also kleine chemische Moleküle, ganz gezielt auf das Virus machen. Professor Helga Rüb, Samenchef in SWR1-Leute. 2006 haben Sie selbst ein Biotech-Unternehmen gegründet. Wie kam es denn damals zu der Gründung? Ja, zuvor war ich ja bei Bayer, die Leiterin der Infektionsforschung gewesen. Und die Firma hat dann eines Tages beschlossen, die Infektionsforschung nicht weiterzuführen. Zu dem Zeitpunkt hatten wir 13 Projekte, an die ich alle glaubte, die ich für sehr innovativ und pfiffig hielt. Und ich habe dann auch die feste Überzeugung gehabt, und das sieht man ja heute sehr gut wieder mal, dass in einer globalisierten Welt Infektionsforschung ein Muss ist und dringend gebraucht wird. Und ich habe dann mit dem Vorstand gesprochen und mir wurde gesagt, ja, wenn Sie wollen, können Sie ein Unternehmen gründen. Wir geben Ihnen auch Ihre Projekte gegen spätere Lizenzzahlungen natürlich, die habe ich nicht umsonst bekommen. Aber das Geld dafür müssen Sie selber finden. Und dann habe ich mich mal ein paar Tage ins stille Kämmerlein gesetzt und habe gedacht, willst du das machen? Wenn wie machst du es und wie viel Geld brauchst du? Und da war mir sehr schnell klar, wenn ich 13 Projekte voranbringen will, und ich musste die 13 Projekte voranbringen, weil man hat immer Ausfall 1 zu 10 in der Pharmaindustrie. Das heißt, Sie müssen zehnmal mit einem Projekt erstmalige Menschen sein, damit sie einmal im Markt landen. Also ich musste sie alle nehmen, ich musste sie alle voranbringen. Da war mir klar, ich brauche 120 Millionen. Das waren durchaus schwierige Voraussetzungen. Ja, absolut. Und da war mir auch klar, da braucht man auf staatliche Förderung gar nicht zu gucken. Ich habe dann zwar in der EU mal nachgefragt, ob es da Programme gab. Heute gibt es so etwas Ähnliches, aber das gab es damals nicht. Ich habe überlegt, gibt es vielleicht eine kleinere Firma, die sich auf diesem Gebiet jetzt etablieren möchte. Würden wir zu denen passen? Ich habe also die verschiedensten Dinge eruiert. Und dann habe ich eben im Fernsehen gesehen, dass die Brüder Strüngmann Hexal verkauft hatten. Und ich kannte sie zufällig und habe dann einfach am nächsten Tag angerufen, ob sie denn wüssten, dass Bayer die Infektionssparte abgeben möchte und ob sie interessiert werden, mal was völlig Innovatives und Neues zu machen. Und so kam es dazu, dass sie also auch heute noch zu 80 Prozent Inhaber dieser Firma sind. Sie sind dann ausgezeichnet als Managerin des Jahres. Sie haben das Bundesverdienstkreuz erhalten, haben den Zukunftspreis 2018 bekommen. Dennoch rauszuhören ist ja auch, dass es schwierige Zeiten gab. Was hat Ihnen in schwierigen Zeiten geholfen? Erstmal die tiefe Überzeugung, dass das, was wir machen in unserer Abteilung bei Bayer wirklich notwendig und sinnvoll ist. Weiterhin die tiefe Überzeugung, dass wir sehr interessante Projekte hatten mit wirklich toller Forschung, also die auf allerhöchstem internationalem Niveau war. Und dann auch, als das sich formierte, wer mit mir in die neue Firma gehen wollte. Ich wollte ja nicht allzu viel mitnehmen, aber wir waren am Anfang 22 Personen, dass ich da Leute hatte, die wie ich daran glaubten. Da gibt es eine ganz süße Geschichte. Ein technischer Assistent, bevor ich das Geld gefunden hatte, kam eines Tages zu mir und sagte, ich ärgere mich so, dass Bayer die Infektionsforschung nicht weitermachen will. Ich habe 30.000 Euro gespart. Können Sie haben? Das fand ich ganz süß. Natürlich angesichts der Dimension, wie man Geld brauchte, konnte ich es nicht annehmen. Aber diese Unterstützung, diese moralische Unterstützung, die war auch sehr wichtig. Dennoch war es ja ein komplett neues Feld, was Sie sich erarbeiten mussten. Als Wissenschaftler sitzt man oft in seinem Tanker, kann die Forschung betreiben, konzentriert sich auf das eine Feld. Plötzlich hatten Sie ein Unternehmen an der Backe. Wie haben Sie das meistern können? Naja, also erstmal haben wir alle, nicht nur ich, sondern alle Mitarbeiter, die mit in die neue Firma, die heißt auch das Icuris, für Anti-Infektionsforschung. Das ist jetzt Schleichwerbung, die Sie machen. Heilung vor Infektionskrankheiten, das war die Idee der Namensgebung. Alle, die mitgegangen sind, mussten sich weiterbilden. Ich auch. Ich hatte früher nie eine toxikologische Studie gemacht. Ich hatte nie irgendeine Substanz am Menschen klinisch erprobt. Das musste man alles dazu lernen. Wir haben uns also anfangs sehr viele Consultants geholt, also Leute, die uns in die verschiedenen Dinge reinbringen und weiterbilden konnten. Und das war eben bestimmt im ersten Jahr eine ganz, ganz steile Lernkurve, die man gehen musste. Was es die finanziellen Dinge betrifft, so war es sehr hilfreich am Anfang, dass mir die Gebrüder Strüngmann, auch einen Mitarbeiter von Ihnen, an die Seite stellten, den ich in solchen Fragen auch ansprechen konnte und der mir geholfen hat. Und eine zweite Firma hat anfangs sogar, also auch aus dem Strüngmann-Bereich, hat anfangs für uns sogar die Buchhaltung gemacht, sodass ich mich ziemlich gut auf die Forschung und das, was ich zunächst mal inhaltlich dazu lernen musste, konzentrieren konnte. Ja, da brauchst du dann Menschen, auf die man sich verlassen kann. Herzlichen Dank für den Besuch in SWNs Leute. Nein, da brauchst du dann. Vielen Dank.